Mit den Eigentümern und mit allen anderen Beteiligten geführt haben, einige Gespräche deuten darauf hin, dass zumindest diejenigen, die hier dort am Tisch versammelt haben, den Respekt haben, offen miteinander darüber zu sprechen, wie wir hier zu Lösungen kommen. Und an diesen Lösungen haben wir ein gemeinsames Entschuldigung. Und es kann nicht sein, dass wir uns damit abfinden, im Geiste der Beleidigungen und gegenseitigen Beschimpfungen, was hier geschieht. Irgendwie sind die Fronten anders, als vielleicht die Leute aus der Vergangenheit gewöhnt sind. So ist es jetzt halt. Aber ich glaube, dass hier die Möglichkeit besteht, mit den Verantwortlichen und den Investoren in den nächsten Tagen zu reden. Weil hier eine Menge Leute sich dafür aussprechen, dass das so nicht weitergehen kann. Es gibt eine Menge Orte in Berlin, wo es dort gibt, wo Sachen gestehen können. Ich glaube, dass dieser Bezirk gerade keinerlei psychiöse Entwicklung braucht. Es gibt eine Menge leere Stellen in Berlin. Und es sollte akzeptiert werden, dass dieser Bezirk sich eine andere Beteiligung wünscht. Und wir fordern das seit vielen Jahren. Es gibt ein wenig mehr Schattenkontakt, was von meiner Universität, der BTU-Konfus. Leo Schmidt ist dort, der Lehrstuhlinhaber für Denkmalschutz, seit vielen Jahren entworfen wurde. Das ist für die gesamte Stadt entworfen worden. Da ist die Bernauer Straße mit drin, da ist Checkpoint Charlie mit drin. Da ist dieses gesamte Stück mit drin. Und uns ist nicht ganz klar, warum dieses Denkmalschutzkonzept nicht vernünftig umgesetzt wird, obwohl es seit Jahren auf allen Tischen hier liegt. Und vielleicht was ziemlich banales Stadtvorrichtliches. Diese Brücke, die da hinkommen soll, natürlich wäre die ziemlich praktisch. Vor über 100 Jahren haben sich die Stadtplaner eine Menge gedacht, dass da eine Brücke ist. Jetzt steht was anderes da im Weg. Und das ist wichtiger als diese Brücke. Diese Brücke muss schallen. Wenn diese Brücke kommt, kann dieses Bauwerk in der Form nicht gestiegen sein. Das muss klar sein. Die Brücke kann nicht kommen, sonst ist dieses Bauwerk in seiner Form nicht erhaltensbar. Und die Brücke, nach meiner Ansicht, ist das Einfallstor für zukünftige Investoren, die dort bauen wollen. Für mich ist ganz einfach, keine Brücke, kein Einfallstor, keine Häuser dort. Und diese Richtung sagt mir, dass wir das sind. Und ich wünsche mir an unseren Finanzsenator, der ja noch nicht sehr lange Berliner ist, dass er den Geist von Berlin versteht. Und ich finde es gut, dass er auf der Schatulle sitzt, denn wir wissen, dass wir ein armes Land sind. Trotzdem gibt es verschiedene Entwicklungen in dieser Stadt, die müssen in irgendeiner Form geregelt werden. Auf der einen Seite gibt es eine Menge Bauprojekte, wie wir wissen, wo irgendwo plötzlich Geld herkommt, um eine spätere Eröffnung doch noch hinzukriegen. Und hierfür wird jetzt so rumgestritten. Das wiege ich nicht korreterweise auf. Und wenn mich Mails erreicht aus Australien, ihr kriegt ja nicht mal hin, einen Flughafen zu öffnen. Aber innerhalb von einem Tag euer berühmtestes Bauwerk aus der jüngeren Geschichte niederzureißen. Ich freue mich, dass alle da sind, verpflichtet auf die Brücke, machen Druck, dass die Brücke nicht kommt und dass hier dieser Streifen leer bleibt, damit ein Spirit und ein Geist dieses Bezirkes auch in 20, 25 oder 30 Jahren für die zukünftigen erhalten bleibt. Ich habe meinen kleinen Sohn dabei, der ist anderthalb. Ich bin Berliner. Ich würde ihm das gerne in 10, 15 Jahren erklären, was hier passiert ist. Vielen Dank. Jetzt kommen endlich mal die Künstler, sich unter diese Mauer sozusagen zu bemalen, damit sie zu einem Denkmal wird. Für uns Künstler ist das ein schwarzer Tag. Wir werden natürlich uns bemühen, dass wir diese Bauabreißmaßnahmen sofort beenden müssen. Das sind rechtliche Schritte, die wir gehen müssen. Das kostet viel, viel Geld. Wir hatten das schon mal mit der ganzen Anschützgeschichte. Im Ergebnis wurden 38 Meter der Mauern entfernt zum Bau eines Schiffseinlegers. Das ist ja immer noch nichts rückgängig zu machen. Und jetzt fängt der Bezug schon wieder an. Die Mauer dieses Denkmal einfach ohne Vorwarnung, muss ich sagen, wir wurden nicht informiert, abzureißen. Wir freuen uns natürlich, dass wir nicht allein sind. Aber in rechtlichen Fragen, das ist einfach eine finanzielle Geschichte, die uns sehr am Herzen liegt, brauchen wir einfach Geld. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Spenden von vielen, vielen Leuten, die unseren Verein, Künstlerinitiative, Istat Galerie e.V. unterstützen. Und mit dieser, wir haben eine Maßnahme ins Leben gerufen, die wir heute beginnen wollen. Deswegen habe ich vor mir dieses schwarze Bild. Das wird Kani Alavi, Andi Weiss, Kasra Alavi, das sind die Freunde, die mit mir auf der Bühne stehen. Terre Noir, Teresa Casanoeva, das sind die Künstler, die ich heute schon gesehen habe, die hier sind. Es sind sicherlich noch mehr hier. Und wir haben von vielen, vielen Künstlern der Istat Galerie per E-Mail, per SMS, per Facebook Grüße bekommen. In aller Welt, aus Frankreich, aus den USA, aus Spanien haben uns Künstler, also unsere Künstler sozusagen, uns gratuliert, uns Kraft gewünscht für diesen Kampf. Und natürlich, dass wir das im Ergebnis erreichen, dass dieses Loch wieder zugemacht wird, dass die Mauer so bleibt, hier wie sie steht, als Denkmal. Schließlich haben wir im Jahr über 1,5 Millionen Besucher. Das sind zweitmal so viele, wie überhaupt zum Brandenburger Tor kommen. Brandenburger Tor ist Platz 1, Istat Galerie ist Platz 2. Das ist das, was die Politiker immer wieder ignorieren, dass das ein Anziehungspunkt für Berlin ist, und dass viele, viele Leute pro Tag, fast 8.000 Leute hier die Istat Galerie besuchen, dem Bezirk Friedrichshain Geld bringen. Sie übernachten hier, sie bringen hier Geld, sie essen, trinken hier. Das vergisst wahrscheinlich der Bezirksbürgermeister komplett, dass das auf lange Sicht viel mehr Geld bringt, als wenn ich jetzt hier ein Luxushochwohnhaus baue, um wenigen hier ein Domizil zu bieten. Wegen dem Luxushaus kommen die Leute hier nicht her, sie kommen wegen der Istat Galerie in diesem Stadtbezirk. Freue ich mich, wenn ihr mindestens in einer ähnlichen Zahl hier antretet, weil wir werden es wieder verhindern. Und wir werden die Baufirma fragen, ob sie denn schon bezahlt worden ist. Und jetzt möchte ich euch nochmal danken und Christian Ströbele anmelden, der hier hinter mir steht und dazu auch noch was zu sagen hat. Also keine Häuser auf den Todesstreifen, sozial gerechte Wohnungsbau und Mieten, ökologische Entwicklung dieser Stadt. Sonst gibt es keine Chance mehr für Wohnen. Ja, ich bin hierher gekommen, wie offenbar, ich weiß nicht, 5.000 bis 10.000 andere auch, weil ich das nicht ertragen will und nicht ertragen kann, dass dieses gebrochene Symbol der Berliner Mauer, der wenigen Reste der Mauer, die in Berlin noch existieren, dass dieses gebrochene Symbol hier einfach beschädigt wird und nicht erhalten bleibt, damit zukünftige Generationen in Berlin daran erinnert werden, was 40 Jahre hier an der Spree an Schlimmen passiert ist. Und ich bin gegen diese Bebauung. Ich habe mich da lange nicht drum gekümmert. Ich glaube, da haben viele von uns, auch ich, Fehler gemacht, dass wir nicht rechtzeitig, schon in den 90er Jahren, dann Anfang 2000, dass wir uns nicht mehr darum gekümmert haben. Ich bin 2008, 2007, 2008 aufgewacht, als die Initiative Mediaspray versenken aufgestanden ist hier in dieser Stadt und das Volk zur Entscheidung gerufen hat. Mit dieser Volksentscheidung im Jahr 2008, wo über 80 Prozent der Bevölkerung in diesem Bezirk dafür gestimmt haben, dass diese Bebauung hier hinter der Mauer zu sprechen nicht stattfindet, das kann man nicht einfach ignorieren. Wo kommt die Demokratie hin, wenn die Volkeswille nicht mehr berücksichtigt? Ich habe nicht gehofft, aber dass das passieren würde, das ist großartig. Als wir 1996 den Verein gegründet haben, zur Erhaltung der Eastside Gallery, hat man uns ausgelacht. Man hat gedacht, dieser Mist, das muss doch einfach wechseln. Ohne Scheiße, die will doch keiner sehen. Und der Zeitgeist hat sich geändert. Wir machen regelmäßig Führungen mit Schulklassen aus der ganzen Welt. Und diese, viele sagen, Disney World Mauer hilft uns dabei, die Leute erst mal für uns zu gewinnen, diese Kinder aus der ganzen Welt, um überhaupt Interesse zu wecken. Und sie ist einfach in ihrer Gänze zu erhalten und nicht in Stücken, die dann aussehen wie ein eingeschlagenes Gebiss, was kürzlich jemand gesagt hat. Ich habe hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die würde ich so gerne noch verlesen. Alles, was die Stadt 28 Jahre geteilt hat, ist heute kaum mehr vermittelbar. Die Deutschen waren schon immer gründlich im Entsorgen ihrer Geschichte. Aber wir brauchen Orte, um Geschichte erfahrbar zu machen. Diese Orte gibt es nur noch wenige in unserer Stadt. Und an einem befinden wir uns jetzt. Wir alle entscheiden heute und hier, was damit geschieht. Die Mauer steht hier seit 50 Jahren und sie muss weiter in ihr stehen, um dem Vergessen Einhalt zu gebieten. Da werden Wettbewerbe veranstaltet, um ein Denkmal der Wiedervereinigung zu schaffen. Und die Verantwortlichen begreifen nicht, dass das bereits existiert. Nämlich die East Side Gallery. Nicht als Auftragsarbeit, sondern als spontane Geste visionärer Künstler aus aller Welt. Genau an dieser Stelle können wir sehen, was wir als Vereinigtes Deutschland schon geschaffen haben, schrieb kürzlich ein Journalist. Die Mauer ist nicht nur Berliner Geschichte, sie ist deutsche Geschichte. Und deshalb müssen wir sie dem Wirken unfähiger Berliner Bezirkspolitiker entziehen. Wir haben jetzt gerade Mittagszeit im Roten Rathaus, deswegen frage ich jetzt noch mal. Weck doch mal den Herrn Regierenden Bürgermeister auf. Wo bereit, das Denkmal bleibt. Wo bereit, das Denkmal bleibt. Wo bereit, das Denkmal bleibt. Und in nächster Redner. Ja, mein Name ist Arno Paulus vom Mediasport.